War ein echt anstrengender Tag, Zeit schlafen zu gehen. Ich bin so müde, aber ich freue mich schon aufs Kuscheln. Das Bett. Ein mystischer Ort mit klaren, ungeschriebenen Regeln für Mann und Frau. Ihr Kissen, dein Kissen, äh, auch ihr Kissen. Wo sie schlafen sollte, wo du schlafen solltest, wo sie schläft, wo du tatsächlich schläfst. Unerforschtes Gebiet. Unerforschtes Gebiet. Ich hab so gut geschlafen. Und du? Super! Du machst Twishtick!